Die Metallic Madness Zone. Hier hatte ich die billigsten Fans, die es gibt, weil, das ist ja eigentlich zu Recht bei einem letzten Level, vorletzten, hier gibt es elendig viele Plattformen, metallische Plattformen und ich bin nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern ziemlich oft bin ich unter die Gerade und die haben so eine beknackte Hitbox, was ist denn du von mir? Ey, das, da ziemlich blöde, drunter kam ich jetzt mal, wir haben eine beknackte Hitbox und manchmal schon, nur wenn man sie schon anschaut, kann man schon sterben, so kam es mir vor, im Spiel, schau eine Plattform, oh, tot, so was, ne, wenn ich was hier für eine Hitbox hatte, so und das hier kennt man vielleicht, hab ich mir sagen lassen aus, Wario, den Virtual Boy, der gab es nämlich auch hinten und vorne, weil, das war ja 3D, das hier ist nicht 3D, aber es baut ein bisschen darauf auf, scheiße. Und, eigentlich bringt es hier auch nichts, wenn man Super Sonic einsetzt, doch eigentlich schon, Moment, wer ist labiert hier? Aber beim Boss nicht, nein, der Boss ist zu lang, ah, man, ja, es ist ein vorletzte Level, man merkt's, oder? Na, ihr wolltet mir den Scheitel ziehen, ich lasse es aber nicht zu tun. So, ich muss jetzt ziemlich aufpassen, mich hat sie extrem gearscht. Auf-Screen. Hi. Wie geht's? Ah! Genau, aufpassen. Aufpassen, du musst. Ah, ich muss mich kurz am Rücken kratzen. Da kann man es nicht übeln, ne? Schön zeitgeschunden. Ah! Shit. Ah, hey, kommt hier die jeder. Die Model-Plattformen. Alter. Ja, er sagt jetzt, da ist noch alles drin, es ist noch alles drin. Ja. Du oben, du lässt mich in Ruhe, ne, du dumme Kuh. Du lässt mich ans Weco gehen. Hi. Bye. Hi. Bye. Ich dachte jetzt echter, er sagt, es ist die Musik für das Wann-Aber, aber ich glaube, es ist überhaupt noch kein Wann-Aber. Aber wir sind jetzt unser Wann-Ball. Aha. Ach, halt, ich kann ja. Ähm, der M-M-M, ihr habt ja auch noch. Aber nicht, sobald ich viele Ringen habe noch. Ey, komm her. Juhu-Wee. Sehen sich doch. Ich weiß das. Ach, so zu tun, als ob du nicht so wärst. So wie in Deutsch. Tu nicht so, als ob du nicht so wärst. Okay, okay, okay. Ihr seid eure Kack-Batzen, ey. Affen-Erschi. Genau da haben sie sich natürlich gedreht. Natürlich genau da. Ja, wahnsinnig witzig. Ach, hau ab. Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich irgendwie angefressen. Runden kommen ihr! Na gut, siehst du also, als ob ich 50 Ging doch noch irgendwie bekommen könnte? Also, die 50 Ginge vom Boss zu bekommen wäre schon stylisch jetzt. Ja, nur noch 9 Ringen. Ich sag ja, noch 6. Wirklich ist es. Nein, ich will nicht zum Boss. Oder will ich zum Boss? Wir gehen mal zum Boss. Ach, mein Gott. Und der ist gar nicht mal schwierig. Ach, nur, es ist der. Ah! Egi! Macht keinen Scheiss. Und hier würde ich euch empfehlen, nicht Supersonic zu nehmen, denn da seid ihr zu ungenau unterwegs. Könnt ihr gerne mal zertrückt werden? Hallo, Plattformen. Alter, jetzt hat das nicht gezerrt. Ich muss mir durchdrücken, hier. Ah, ja, ja. Ich dachte, es sei links. Es zählt nicht mehr zweimal zu leiden. Oder? Ach, schnauzeh. Mann, ich hab nur noch... Ah! Ey! Ja, fuck. Ja? Jetzt aber! Jetzt ist er jetzt nicht mehr am... Sei mal am Leiden. Brrr! Ja? Hat noch gezählt! La la la! Das ist nicht schwierig. Ja, also der ursprüngliche Boss sei verpackt gewesen. Und der hier ist genau. So machte ich dann... Oh, jetzt bist du angeschick. Dann konnte man schon mal unter die Räder kommen. Okay, Konzentration! Ha! Oh, da! Ich hasse was. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Okay, vier Treffer. Vier Treffer! Oh! Alter! Oh! Oh, die Hälfte haben wir schon. Ich freu' mich auf die Titanic Monarch Zone. Und den letzten Boss. Die sind mit Übungen, wie ich sie hab', nicht so schwierig. Die Musik ist schon geil. Da, 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 da. Ich sing keine Lieder. Ich press'n Sie das Spiel. Und selbst wenn die Plattform nach oben geht, kann man immer noch die Fähre stellen. Das ist so fies. Die Macht hier. So, das kennt ihr. So dumm hab ich mich noch nie angestellt. Das geb ich mich auch offen zu, ne? Das geb ich auch offen zu. Ja, zwischendurch zwischeln. Ah, okay. Oh, okay. Ah, ah, ah. Ach, mich nicht. Nein! Dich. Wollt hinaus lachen. Wer lacht jetzt? Ha, ha. Ach, hab ab. Wenn du mich zerdrückst, ey, dann hast du mich als Bein. Nein. Oh, nett. Nein. Ich kann auch ewig in die Binde gehen hier. Seht ihr? Seht ihr? Da hat noch die Wand gedrückt, obwohl gar keine mehr da war. So eine Hitbox hat das Zeug hier. Mein Gott. So. Das ist mir wirklich gerne durchkommen. Miao. So. Viel braucht sich mehr. Ja, noch vier Ringe, noch vier Ringe, noch vier Ringe. Und jetzt. Ha. Mit den Worten meiner Generation, ihr könnt mich alle. Hoffe ich hab's reingeschnitten. Was ich sagen wollte. Dazu. Also egal was andere sagen. Gegen Super Sonic. Ich stehe dazu. Hä? Äh, achso. Was ist denn hier für ein Boss? Was ist denn hier für ein Boss? Was ist denn hier für ein Boss? Ah ja genau, das heißt ja bitte. Hä, hallo, wo bin ich hier? Hey! Achso. So geht das. Hätt's wissen sollen, aber gut. Wenigstens ist die Hipbox immer noch groß genug. Ach fuck. Ah, leck mich mit den Bonus-Leveln. Jetzt kommt's aufs Nachtüberleben an. Wann ich durch? Nein. Ha! Hey, warte, ich bin hier. Ich bin hier mit Tamamas. Hier ist auch was. Wenn ich zehn Sekunden hab dafür, lohnt sich das. Oh ja. Ja, ist ja gut. Ach nee, jetzt weiss ich noch über den Boss. Was? Okay. Wie möchte ich doch mit Supersonic schaffen? Bekämpfen. Ja. Ist jetzt nicht schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Schlecht, schlecht. 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 Ja, 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 Geil, was das Zeug hält hier. Ha! Hattest du ihn abonniert, erwähnt? Irgendwie war ich hier schon mal? Ne. Ist ja gut. Chill. Geht doch. Man muss ja nur bald. So, Boss. In 60 Sekunden. Schaffen wir das? Ja. Und wie schaffeln wir denn? Rauslassen. 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 Komm schon. Komm schon. Supersonic. Kein Problem. Komm schon. So, jetzt hier alles bashen, was nicht drauf den Bäumen steht. Okay, okay. Okay. So, und jetzt nochmal. Komm, 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 komm. Komm her, Eggie. Komm her, komm her, komm her. Bam. Oh, sonst sitzt er da und meckert. Der ist aber wieder schneller als ich gesagt. Gut. Das war doch nice. Oh, das war Sony 2 sogar schon. Oh, das war Sony 1. Ach ja, genau. der ist auf沒有? Okay. Und Sie sind nicht drauf. Mach es leicht ja, schon loved. Okay. Bis zum nächsten Mal.